Politik kämpft für Kreuzfahrtschiffe Meierwerft im Fokus. Die Meierwerft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region und spielt eine bedeutende Rolle für die deutsche Schiffbauindustrie. Die Werft hat in den letzten Jahren jedoch mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, vor allem aufgrund der Corona-Pandemie und des Rückgangs von Aufträgen im Kreuzfahrtsektor. Die Politik kämpft für die Meierwerft, da sie Arbeitsplätze sichern und die Wirtschaft in der Region stärken möchte. Ein staatlicher Einstieg bei dem Familienunternehmen könnte dabei helfen, die Werft zu stabilisieren und langfristig zu sichern. Durch staatliche Unterstützung könnten Investitionen getätigt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Werft zu steigern und neue Aufträge zu gewinnen. Es wird erwartet, dass Bundeskanzler Scholz bei seinem Besuch bei der Meierwerft Maßnahmen zur Rettung des Unternehmens verkünden wird. Diese könnten unter anderem finanzielle Unterstützung, Bürgschaften oder andere Formen der staatlichen Hilfe umfassen. Die Politik setzt sich somit für den Erhalt der Meierwerft ein, um Arbeitsplätze zu sichern und die Schiffbauindustrie in Deutschland zu stärken. Nachrichten Untertitelung des ZDF, 2020